Leute, gerade noch mal so spontan was gefunden. Da sind wir jetzt gerade unterwegs. Chrissi legt sich erst mal aufs Maul. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir da überhaupt dran kommen, das weiß man nicht. Wie gesagt, wir gucken jetzt mal. Ach du Scheiße, mal hier so links rum. Leute, das soll mal ein alter Puff gewesen sein, also ein Bordell. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Hier haben sie schon die Steine umgeworfen. Na, das wird jetzt so ein Shortstop. Nur mal eben schnell durch. Oh, ein kurzes Video. So, dann einfach mitnehmen. Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Ich bin ja die Hütze hier. Ach so, können wir hier noch eine ruhige Nummer schieben, ne? Ja, sicher, aber vorher sind ja noch voll fliegt. Ja, ja, natürlich. Alter, du musst aber aufpassen, hier gibt es aber Hütze hier. Junge, Junge, lebst gefährlich. Hörenklöchen. Zack. Ja, ist nichts mehr zu sehen, Leute. Hier ist, ach du Kacke, ne, du. Ja. Ja. Ne, was verwinkelt, ne, was das, wo man für eine Halle war. Das muss ja irgendwie mal eine Produktionsstätte oder sowas gewesen sein. Aber für was, Leute? Was für ein Bordell? Was denn? Bordell. Hä? Bordell hat er gesagt. Ja, aber das muss ja irgendwann mal eine andere Produktionsstätte gewesen sein. Die hauen hier ja kein Bordell hin und machen da so ein komisches Recht da hin. Die geht ja drüber in dein Haupthaus. Ja, das hatte ich gerade auch schon. Die gehen wir in dein Haupthaus. Was ist denn da drüben noch, wo du jetzt gewesen bist? Da ist links noch ein Raum und rechts ist der direkten Ausgang. Ach so. Ach, guck mal, lass noch ein Bettchen mal. So, ein Bett ist gemacht. Ja. Wo ist das alle? Guck mal, so wie ich das mache, mit dem Licht und so, ne? Guck mal, beides so zusammen hat, ist gut, glaube ich. Ja. Hier, guck mal, unser Bettchen ist schon gemacht, da vorne. Ja, da geht's noch ins Haupthaus, hat Jack gesagt. Wollen wir mal gucken, wo da noch irgendwie hinkommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier war auch mal nachts drüber. Aber Jack hat auch gerade. Da ist noch eine kleine Türe, da ist ein leeres Holz, wenn wir hier rumgehen. Ja, da sah auch aus, wie da neue Fenster drin sind. Ja, man kennt's, ne? Ölheizung. Also der Tank noch, die Heizung ist weg. Ja, hier brauchst du nicht großartig rein. Ja, guck dir mal da an. Ach du Scheiße, Leute. Heftig, heftig. Dann gehen wir zwar noch nach oben, aber das werden wir auf gar keinen Fall machen, Leute. hier ist nochmal ein Eingang. Ja, ich glaube hier, ach guck mal, hier sind ja auch die neue Fenster drin, die ich schon kaputt gekloppt habe. Ja, da würde ich sagen, da ist unser Shortstop schon zu Ende. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir machen hier auch ein Ende. Und wie gesagt, war nur ein Shortstop. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Komma. ? diferentes красотische Musik. Tschüss. jokes ... ...